Der DMR Bolt L Rahmen Das Riding wird immer extremer und stellt permanent höhere Anforderungen an Rahmen und Komponenten. Bereits seit dem Jahr 1995 folgt DMR kontinuierlich den neuesten Entwicklungen, um noch stabilere Bikes zu bauen und Performance auf höchstem Level zu bieten. Der neue Bolt Rahmen ist ein gutes Beispiel dafür. Dieser wurde das vergangene Jahr zusammen mit erfahrenen Team-Ridern entwickelt und getestet. Das Ergebnis? Mit dem Bolt ist DMR ein äußerst schöner, schlanker Stahlrahmen mit wenig Federweg und einer aggressiven Geometrie gelungen.